Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal wieder mit dem Luxusausstatter der Woche und wir schauen mal, was er hat. Wieder ratfrei Haus. Meine seltenen und makellosen Haushaltsgüter werden euren Schuppen in einen Palast verwandeln. Wenn du das sagst. So, dann schauen wir mal, was wir diese Woche haben. Ob es wieder Folterwerkzeuge oder Sachen sind. So, dann gucken wir mal. Okay, sieht eher nach Grabschmuck oder Grabbeilagen aus. Gucken wir mal, Einrichtung. Da haben wir einmal Felsnadel des Nekromanten, Nische. Das ist jetzt Gräber, Särge. Aha. Dann haben wir Felsnadel des Nekromanten, Schmal. Okay. Da sind Köpfe drin. Dann haben wir Feuerschale des Nekromanten, Flamme. Können wir noch an- und ausmachen. Okay. Oh, da ist ein Gesicht, ne? Also, es sieht aus wie ein Gesicht. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Dann gibt es Mausoleumsbücherschrank gefüllt. Oh, der sieht schon hübsch aus, ne? So ein Bücherschrank, aber sehr sperrig, ne? Von der... Der muss halt freistehen, ne? Kann ich mir denken. Dann haben wir Mausoleumssäule groß. Oha. Ja, wobei, wenn man ein großes Haus hat, ne? So als Säulen. Kann ich mir gut vorstellen. Dann haben wir Podest, dunkler Stein. Da kann man ja oben was drauf machen, ne? Dann haben wir Sarkophag, Steinandreckel. Hübsch. Hübsches Logo. Dann kommt der passende Sarkophag. Sarkophag. Ja, sieht halt aus wie ein Sarkophag, ne? Und Schubkarren voll mit Knochen. Auch ein interessantes Stück, das sich zum Hinstellen. Ich denke mal, bei den letzten zwei Wochen, die Deko, da passt es wunderbar dazu. Für das, was ich mir jetzt unter Hause aktuell beim ersten Haus vorstelle, da wird es weniger passen. Ich hoffe natürlich, dass ihr was Hübsches gefunden habt für euer Haus. Und hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder. Also bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.